warum gibt es das gap hier zu letzter woche zu gestern warum entsteht überhaupt ein gap ich habe das gap zu gestern zum mittwoch hier einmal eingezeichnet von der unterseite kommen 422 im dax mit überwindung dieser abwärtstrend linie die wir seit letzter woche seit den rekordhochs gesehen haben statt der dax durch und hat genau hier wieder eine kante erreicht also von dieser kante ich zeichne das auch gern noch einmal parallel hier mit ein gab es ein größeres gap was sich vollzog ist zeigen dass man hier rüber dann sieht man auch dass das fast deckungsgleich ist ja das ist also das gap hier auf der linken seite von der wocheneröffnung am montag zu freitag warum entsteht dieses gap am freitag die marktteilnehmer und die quasi hier ins wochenende gegangen sind müssen ihre positionierungen entsprechend in die bücher nehmen also end of day kurs werden dafür genutzt und end of day heißt der freitag schlusskurs und das ist dieser kurs wenn sich über das wochenende etwas ereignet wie beispielsweise die delta variante kovic 19 nimmt stark zu die marktteilnehmer sind verunsichert und starten dann am montag mit leichteren kursen und das war dann in diese region dann gibt es zwischen als differenz zwischen dem freitag schlusskurs und der montags eröffnungs session im dax diese kurslücke also der letzte kurs am freitag und der erste kurs am montag da gibt es eine differenz und diese differenz das ist das sogenannte gap also eine kurslücke nun ist es so dass solche kurslücken häufig geschlossen werden manchmal noch am selben tag manchmal einige tage verzögert es macht auf alle fälle sinn im trading auf diese kurs lücken zu schauen und genau das tue ich börsentäglich wenn es ein gap gibt das ist für mich immer sehr sehr spannend dieses gap zu handeln und auch wenn es hier von montag bis heute donnerstag einige tage gedauert hat dieses gap ist nun geschlossen worden ja und was ist der psychologische hintergrund von so einem gap close das ist nämlich die frage die damit eng verknüpft ist immer wieder derjenige der an dieser positionierung oder hier vielleicht long gegangen ist oder vielleicht auch schon im tagesverlauf zuvor am freitag oder am donnerstag letzte woche der hat hier in der unteren region natürlich verluste ganz klar erst hier eingestiegen und hat dann bei diesen kursregionen ein minus im depot mit seiner positionierung ob gehebelt ob aktien ob was auch immer es ist einfach ein minus was weh tut sollte aber dann der kurs wieder in diese region reinkommen also dieses gap immer weiter schwinden ja also so wie es manchmal in einem intraday gap close also wenn dieses gap sukzessive immer kleiner wird immer kleiner bis es geschlossen ist passiert dann verringern sich auch die verluste immer weiter und dann ist der ein oder andere marktteilnehmer dann psychologisch so gepolt dass er sagt nur noch ein kleiner verlust ich gehe raus was dazu führt dass er quasi die position glatt stellt und diejenigen die auf den gap close setzen und darauf spekulieren dass das gap geschlossen wird die gehen ja an solchen schwellen wie hier zu sehen dann auch in den markt aktiv hinein und kaufen somit den markt was dazu führt mehr nachfrage und es wird ein immer weiter nach oben getrieben der markt bis an diese kannte die sich charttechniker immer weiter anschauen anders herum gedacht wenn jemand auf fallende kurse spekuliert und am freitagabend vielleicht short gegangen ist also darauf spekuliert dass am montag der markt tiefer öffnet der hat sich am montag diese woche sehr sehr gefreut wenn der markt hat genau dies getan mit einem gap eröffnet und es immer tiefer 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 gesunken und irgendwann im laufe dieser handelswoche deswegen ist das ein ganz gutes beispiel dienstag und mittwoch ist der markt ja wieder nach oben gelaufen werden diese gewinne des spekulanten der fallende kurse gesetzt hat immer kleiner das heißt die schmelzen dahin und irgendwann sagt er sich nein ich gehe raus aus der position der gewinn wird mir zu klein spätestens hier wenn das gap geschlossen ist ist der gewinn ja auch weg und bis dahin auf dem weg dahin wird der spekulant dann seine position verringern oder gar schließen und das führt eben dazu dass wieder kaufvolumen in den markt kommen dass das die bewegung in richtung des gap close noch mal verstärkt wenn dann der gap close erfolgt ist dann ist es oftmals auch so dass die positionierung noch mal glatt gestellt werden also dass vielleicht der ein oder andere trader der genau hier auf steigende kurse gesetzt hat und am montag dann bis zu 400 punkte minus oder noch mehr 500 sogar im minus stand im tief sich dann denkt an dieser gap kante oh jetzt bin ich mit einem blauen auge davon gekommen ich gehe raus aus der position ich habe zwischenzeitlich minus gehabt aber das minus konnte ich aufholen quasi durch eine fügung des schicksals was auch immer man sich als begründung hier hernimmt und dann geht er genau an der schwelle raus und schon ist das gap geschlossen was heißt das für die aktuelle entwicklung dieses gap diese kurslücke zu gestern auch die lassen wir im chart die zu freitag nicht mehr das ist ja schon geschlossen worden das gap optisch und je nachdem wenn wir hier eintauchen zum beispiel an dieser schwelle an 528 das ist das eröffnungsniveau das ist also für mich die obere kante und die untere kante ist der gestrige schlusskurs also wenn der kurs hier eintauchen sollte das kann ich mit einem pfeil hier sehr gut darstellen dann wäre ich auch als gap trader natürlich darauf angewiesen dass ich sage jetzt werde ich in dieses geht hinein eine positionierung eröffnen also short gehen und darauf spekulieren dass das gap immer kleiner wird immer kleiner immer kleiner immer kleiner und dann an diesem ziel am gap close 15.420 die positionierung auch entsprechend dann platzstelle soweit ist es aber noch nicht der markt läuft momentan vom gap weg und deswegen werde ich den markt auf der short seite erst einmal nicht an wiederum 1 1 1 1 1 1 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020